So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Vor ein, zwei Tagen oder vielleicht noch länger kam wieder ein Patch raus, der beispielsweise den Kleidungsschrank gefixt hat. Sprich, angeblich sollen jetzt nur noch Kleidungsstücke im Kleiderschrank sein, die wir auch tatsächlich gekauft haben. Hm, ich habe ja nicht sonderlich viele gekauft, von daher könnte das mich betreffen. Egal, heute wollen wir den Drohnenwettbewerb machen. Dafür gucken wir mal kurz im Inventar. Ich hatte doch mal eine Drohne da. Mal ganz kurz testen. Leertaste hoch. Runter. Okay. Okay, müssten wir hinbekommen. Leertaste hoch. Shift runter. Okay, aussteigen. Dann gucken wir mal zum Drohnenwettbewerb. Lalalalala. E. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Runter. Hoch, 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 hoch. Oh Gott. Ah. Ich bin nur Platz 5. Ich weiß nicht, wie viele gestartet sind. Runter. Runter. Ich weiß nicht, was du glaubst. Ich weiß nicht. Komm, komm, komm. Platz 5. Ja, runter, runter, runter. Scheiße. so viele bäume gewesen Mist Hoch mit dir, hoch, hoch, hoch Ich glaube die anderen sind schon im Ziel Kann ich das Rennen nochmal starten? Ich weiß nicht ob die anderen Renndrohnen hatten Ich glaube es nicht, aber... Moment, oh Gott Die habe ich ja gar nicht gesehen Verbleibende Ringe 26? Ist doch nicht euer Ernst Das ist ja... Oh Gott, runter So jetzt, wo ist die nächste? Ich sehe das nächste Ziel nicht Ah Ja, das... Eine komplette Niederlage Nein Wieder einen falschen Knopf gedrückt Sie waren Was Jetzt runter mit dir runter runter Ah, Mann Ah, mehr Glück beim nächsten Mal Na toll Sehen die anderen anders aus Hm Schade Gegner 4 Schwierig Ah, soll ich es nochmal probieren? Komm, nochmal Ah Weiter runter Verdammt Okay Jawohl Aufgeben Ach, Mist Das kann ich vergessen Das kann ich sowas von vergessen Na gut, dann Findet das verlorene Schaf Ich Will erstmal kurz nach Hause gucken Nach dem Kleiderschrank Was für Kleidung wir jetzt aktuell da drin haben Okay Okay, also Bauarbeiterkleidung habe ich komplett Bei dem Rest fehlt's Gut, ich hab die Den einen Anzug an Moment Wenn ich jetzt Bauarbeiter mache Hä Hab ich jetzt plötzlich Nein Okay Wir Gucken mal schnell zu diversen Händlern So Hallo Hast du zufällig Kleidung Möchtest du handeln? Ähm Arbeitskleidung Verdammt Du bist nicht der richtige Händler Aussteigen Gucken wir mal Ich brauch nen guten Anzug Hallo mein Freund Wie geht's? Zieh dich um Ich hab sicher das was du brauchst Wenn ich Sachen verkaufe Ja Renndrohne Ja Okay Die hat überhaupt keine Sachen Ist hier ne Bushaltestelle? Nein Das gibt's doch nicht Okay Wir springen nach Hause Gucken mal zu unserem Nachbarn Hallo Rehe Hallo Rehe Hm Pilze Wir brauchen gute Anzüge Hallo Willkommen in meinem Laden Ähm Was bietest du in deinem Laden an? Zeig mal was du hast Okay Der hat's auch nicht Hm Dann nehmen wir mal kurz nen Buggy Und fahren mal die anderen Händler ab Und fahren mal die anderen Händler ab Oh da hat sich wieder jemand über meine tollen Blumen Im Hof gefreut 128 Sozialpunkte bekommen Sehr gut Ich kann natürlich auch bei den Coffee Shops gucken Ob die auch Hi Hi Andere Sachen im Angebot haben aber Möchtest du handeln? Sicher Ja Sonstiges Nein Okay Wollt schon sagen Hallo Kann ich helfen? Äh ja Möchtest du handeln? Hast du Elegante Kleidung Elegante Kleidung Arbeitskleidung Okay wir Kaufen Jeweils 1 1 Ähm Krawatte Und der Anzug Okay Wie sah der andere aus? Ja Ich habe neue Kleidung im Kleiderschrank Das ist okay Und beabsichtigt natürlich Mal gucken ob der Kollege noch was hat Hallo Komm näher Ich bin mir sicher dass du etwas findest das dir gefällt Ja zeig mal Nein Nein Okay Bushaltestelle 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 So Schauen wir mal da oben Hallo Wie geht's? Ähm Hast du Kleidung? Würdest du handeln? Nein Okay Ähm Zwei Händler wüsste ich noch Nur auf die Sprungschanze will ich nicht hochklettern Von daher Testen wir da mal Hier liegt noch sehr viel Gras rum Das ist schön Hallo Becky Hallo kann ich helfen? Möchtest du handeln? Ich glaube diese habe ich Lässige Kleidung Einmal kaufen Die habe ich Ich bin mir sicher So Wir gucken kurz So 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 Mhm Hm Den komischen Anzug habe ich doch gekauft Den hässlichen Arbeitsanzug Hm Na ja gut Wobei ich Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Nochmal Hopp Wir haben den doch gesehen Hallo Hallo Kann ich helfen? Möchtest du handeln? Okay Jetzt ist er nicht mehr da Bin ich blöd Sonstiges Hm Habe ich mich gerade getäuscht? Sie hatte doch Den hässlich lila Arbeitsanzug gehabt Hm Na egal Dann machen wir Mal ein paar Aufträge Busch Trimmer zweimal Ah Scharf finden Nein Äh In der nächsten Folge machen wir keine Transportauf- äh Dingsbumsaufgaben Täglichen Dinger Keine Güte Aussteigen So Kurz was essen Möp Möp Schauen Schönes großes Gebiet Hier können wir Ordentlich Holz schlagen Dann sag ich mal Ende für diese Folge Tschüss Ciao Bye Bye Bis zum nächsten Mal